Ich bin ein bisschen schneller. Mhm. Ja, hat sie aber schon gehört. War nicht was da gehe. Ist gar nicht so abwegig, wann sie. War nicht was da gehe. Du hast die Einladung von Mirko und Marcel schon bekommen. Zum Interview. Jo. Warte mal. So, bleibt auf jeden Fall trocken. Leute. Sehr gut. Jetzt will ich den Sound wieder hochdrehen. Ach, der Sound ablade ich dann. Drei Ender Flügel. Ich werde Frankreich, wenn es nachgeht. Ich werde Frankreich, wenn es nachgeht. Ich habe drei Stück. Ach so, ja. Super, ja. Das ist ja super. Wir haben noch das Nass-Setup. Ich könnte das mit einem Drei Ender Flügel. Ja, würde ich machen, ja. Geht das fast. Ich habe einen Red Bull auf die Hinterbank gestellt. So, Nadine hat schon alles geladen, oder? Ist alles geladen. Ich bin geladen, Freunde. Ja. Na, dann kannst du jetzt rausfahren, weil es ist nichts los. Nur der Hansi ist jetzt raus. Ich bin raus, solange es so bleibt. Na, dann der Feuer feiert er. Ingo ist auch raus. Was? Ja. Genau, Ingo. Und dann... Ingo, in die Runde Hansi füllen. Ja, toll. Und dann solltest du eigentlich freie Bahn haben. Genau. Freie Bahn mit Marzipan. Okay. Da geht Lukas draus. Ich war da auch noch kurz dabei. Ja. So mache ich das. Wer ist jetzt hinter mir? Wie bitte? Wer ist hinter mir? Dennis Henry. Ja. Am besten lässt du ihn auch vorbei. Günstig. Ja. Ja. Ja, weil der ist. Ja. Ja, genau. Super. Denken an die Aufnahme. Ach so, ja. Genau. Keine Sorge. Wir sind live. Ja, genau. Zack. Die bräuchte die Spracherkennung. Wer hat er gerade gebucht? Wer hat er gerade gebucht? Äh, äh. Keine Ahnung. Ich hab das irgen... Ach so, okay. Ja. Ja, hinter dir ist keiner. Du hast absolut Freifahrt. Ja. Super. Seh ich schon. Ich hab, äh, Rückspiegel hab ich mit drinnen. Ja. Den... Hat er mir quasi eingestellt. Hat er mir gesagt, wie ich das machen kann. Ich hab ihn auch zum Halbis auch nicht. Wenn ich ähnterer Zeit, äh, packe, bin ich also Friede. Tatsächlich, Hansi. Naja, ich sag nur, ähnterer Zeit ist gut. Ja. Wenn das hier packt, ist geil. Alles bereit. Es fährt nur noch aus Petra. Es muss noch mitfahren, die Max. Ja. So, und Feuer. Ja, ja, ich geb dir. Ja. Ich hab da gerade den Sitz bestellt. Ja. Was hast du gerade? Na, Sitz bestellt. Ah, okay. Mach's, mach's, mach's. Mach's, Fettner. Äh, von FK. Geil. Äh. Was ist... Oh ne, ne? Was denn jetzt? Was denn? Oh, meine Pedale reagieren mal wieder nicht. Okay. Oh, das ist so Rotzer, ja. Nicht wundern, ich fahr hier mal ein bisschen abseits. Mit Controller kann ich... Ich sag jetzt, ich hab heut gerade fahren. Seid ihr jetzt alles drin, oder bitte kurz fahren? Vorgedränger, gedrängerst du da vor mich? Ja, ja. Ich muss mal meinen... ...den Kratz. Oh. Heiko, bist du da. Fahr vorbei. Nö. Na, da war's dein Team. Ich, ja. Ich geh jetzt auf die schnellen Runde erst. Der Pw, was machst du dann? Fahr vor. Fahr vor. Fahr vor Pw. Fahrt der rum. Habe ich schnell, Heiko, gell? Kann jetzt los, kann jetzt losglied. Die sieht aber echt gut aus, die Runde, Nadine. Oh, Mann. Ich hab ne Mühe gegeben. Das ist echt scheiße, wenn das Lenkrad nicht... Sag mal, wer geht's jetzt? Jetzt reagiert er scheiße. Alter. Ich muss nur weniger bremsen. Ja, da sitzt er in der Runde. Heiko, fahr mal rechts. Super. Alter. Oh, jetzt darf ich auch rausfahren, ja? Ja. Was bist du gefallen? 1,37. Ah, okay. Ah, okay. Das ist doch alt. Alter, das Ding will mich echt verarschen. Jetzt akzeptiert er hat nur halbe Eingabe an Gas und so gut wie gar keine bei der Bremse. Alter. Alter. Du hast ja das GT wahr. Das mit 300... Nee, ne, 500 hast du wahr? Nee, das Gran Turismo Lenkrad direkt. Ah, okay. Frostmeister TGT ist das. Alter, warum? Der ist Lucky. Alter. Dinger Bucke 60, G80. Jo. Okay, jetzt kommst du in das Kinosau von hinten. Da kommt der Chris bestimmt jetzt vorbei. Ja. Danke. Bitte. Gut aufgepasst. Ja, dafür hat man ja die Kater da unten, oder? Alter, bremsbremsbremsbremsbremsbremsbremsbrems, du scheißding! Alter. Warte mal. Warte mal. So. Ich... Jo. So. So. So, ich... Jetzt haben wir mal den scheiß Controller ausgemacht. Einstellung. Wo ist die Scheiße? Nein, Quatsch. So, ich hab dir Zeit gesagt, ich geh mal kurz nach dem Kind gucken, ja? Alles klar. Gleich. Steuerung und Fotzenfeedback. Sag mal, bearbeiten. Sind hier noch viel Zeit? Sind hier für Zeit die Gefahr? Ne. Du Heiko. Null Null. Ich bin... 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 Ich bin ungültig gefahren. Erst kurz. Bin dritter. Hm. So und 362, ja? Mal hin. Jetzt hat er sie. Ach... Was ist denn manchmal mit den Pedalen? Boah, ich konnte PV gerade O2 schnell. Nee. Klick, Alter? Ja. Oder war es Skynet? Keine Ahnung. Nee, ich bin grad in der Box. Ich komme schnell runter, Lena. Nee. Nee. Ja, genau. Auch da unten noch. Ah Gott, okay. Ich fahre mich auch grad in die Box gleich, ne? Binde. Ich bin grad hinter dir. Ja, ja, genau. Ja, ja. Ja, ja. 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 Ja, ja. Ich bin steu-bestätig. Ja, ja. Ich bin... ...gebucht. Warum?! heiko bist du vor mir in reklam christian doch praktisch nur die runde ja bin ich ja danke das war gerade wie wo das mehr teilt also zeitgefahren gehen jetzt auf die hotlip also die die gefahren der erstkurve okay Ja, das kann ich dir zu, Ali, das ist cool. Ich will da mal Silky-Runde hin und das Skynet nicht, eventuell. Ja, ja. Ich werde wahrscheinlich eh... ...Selfter? Boah, ich bin wieder auch ungültig, das gibt doch gar nicht. Ich bin immer ungültig. Konzentrier dich. Was ist jetzt eigentlich ungültig? Ich hab das falsch gemacht. Ungültige Gefahr! Irgendwann im Kappen, halt. Ja, das nenne ich, oder? Nein. Kannst du mir da die Box? So, rein und Reifen holen. Neuer. Genau, warst du auch immer. Ich kann noch keine Runde, Ingrid. Ja, der VW hat mir grad die Runde gekostet. Ja, aber ich kann ja eigentlich viel Fahrrad oder Brauchte rauskommen. Ja, gönnt ihr. Ich kann ja jetzt nicht so... Was du? Sehr gut, das ist ja nichts. Ich fand vier Runde gefahren und endlich noch kein Gültiges. Ja. 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 Ja, das ist ein seltsames Spiel, immer noch. Ja. Ja, okay. Okay, recht. Wie sieht denn das Wetter aus? Das ist ja irgendwie ein bisschen Trieb-Totlich doch, oder? Ja. Ja, da meine ich schon so. Ja, das ist ganz cool. Nicht nur. Wie bin ich draußen? Mhm. Bloß bewölkt. Durchschnitt 30 Prozent. Regen maximal. Ich würde jetzt mal da runter hinkriegen und kann nicht so hin. Ah, Marcel, danke. Danke, Marcel. Warst du auf Hotlab? Nein, nein. Aber nicht stimmt. Da kann ich... Mach nix. Hätte ich müssen, aber so. In Ordnung. Ist ja besser. Besser so wie anders. Dass wir lieber vorbeilassen und dann... Na gut. 1,36 ist stramm, ja. Ja, die ist aber drinnen. Ja, ja. Mach du... Mach du... 1,36. Ja, aber alles passt ja. Ja, gut ja. Ich muss hier drinnen sitzen, so ein kleines Jahrstabend. Ich muss hier drinnen sitzen, so ein kleines Jahrstabend. Ja. Ja. Etwa zwei Runden kommen wir mit dem Benzin noch aus. Oh, ich hole mal hier vorne Platz jetzt. Ja, ein paar, ja. Jetzt aber, wo? So, ich hau dir alles ab da vorne. Ja, das hoffe ich auch. Oh, ungültig. Ah, leck mich zur Arsch. Aber ich bin noch gültig. Na ja, fahren wir, ja. Danke dir. Bitte. Na, ich will gleich wahrscheinlich nicht, das ist scheiße. Na, ich weiß nicht. Ja, das Wetter soll gelten und Donnerschlag, ne? Hm? Donnerschlag. Donnerschlag. Na ja, klar, gerne, ja. Wir können was machen, sicher. Na ja, ich muss auch machen. Ich muss auch mal mitnehmen und so mitnehmen. Weil wir können ja rüberhören. ich pack' noch in die boxe und noch mal ausfahren zwei minuten naja wird eng ne pack' ich nicht ich spreche drei schalte wäder fahrt die boxen lassen ist denn so nett jungen so mädels 2 die runde vertreten auf 2 bis jetzt liegt unsere beste runde bei 1 34,7 schloss jetzt aber was gut so gewährt wir sind vierzehnte auf dem temporadar 33 1 2 km pro stunde als gepasst konnten Ingo ist rausgeflogen. Ja. Da muss er sich aber bei ihm mit nachjointen, weil Quali ist gleich zu Ende. Ja. Ja, ja, hat sie. Ja. 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 Da wäre ich schon gewesen. Vierter. Ja, ich bin gar nicht. Ich bin schon im Ziel. Ich bin schon gar nicht. Achso. Das bin ich schon gar nicht. Nee, ist gut. ja quali lief doch schon mal quali war gut ja aber schön aufpassen heiko erste kurve ich weiß die erste kurve scheiße ja und bitte nicht abräumen aber die kopf bin ich halte mich immer raus kommen ja wenn da alle aufpassen passiert auch nichts ja ich denke das bremse ist wichtig dass man die genie verlässt das ist immer auch das problem glaube ich das immer heute hand ist noch haben sie ist noch ein feier da haben sie ja der bürger ist da nicht vertragen ich habe ja die 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 einstiegs an oben links ja nix an sich so war machen wir denn den start jetzt mal 52 so ok demnach sp 13 sicher für mich macht 8.21 uhr erst mal 58 da kann jeder noch mal probieren ja ja gewahr hat er hat ja kind rund machen zwar in mann sich kann passieren ja 40 die weise hier wie die pecht ja aber naja hat ja alles drauf ach der fett spielt wohl schon mit gar nicht ist die frage wir sind so wenig fahrer ich glaube da kommen nicht so viel safety kräfte ne volle pro heute sicher sicher ich fahr gelb rot egal ja wenn du natürlich gelb fährst hast du natürlich jetzt ein bisschen vorteil aber du musst zweimal in die box ich komme die weise kreis ist eine weise fahrer ich bin umdrehen also ich werde noch ein bisschen reifendruck ausnehmen obwohl es eigentlich schon optimal ich habe 23 5 23 5 22 0 das war zu schnell jetzt ja wirklich 23 so vorne ja und hinde 22 2 also ich muss zumindest und bügel geklemmt bis alle 8 wieder gestellt was macht 12 8 12 8 mach so wenig finde ich oder ja das ist viel zu wenig für frankreich ich fahr 2017 wasser fährt so ganz der bier abgelaufen ist 2017 genau kann man so sagen hört ihr mich du glaub ich dir ja ja okay gut ich wollte nur noch mal ich hab irgendwie keiner aber du bist recht leise finde ich jetzt mal ganz gut jetzt besser ja jetzt besser ja okay dann muss ich das mikro weiter weinen schläfst kind naja mehr oder weniger ah super ja also ich hab ihr jetzt noch mal die flasche gegeben äh das ist komisch ne jetzt waren paar wochen papa irgendwie nur aktuell gewesen dass er das bett bringen konnte und jetzt muss halt Timo kommen der wand ja das ist aber normal ja weiß ich ja ich hab ja schon eine große ausgerechnet heute ja es ist immer so ja so ist es plant sowas und dann kommt doch was dazwischen was machen die extra die kinder ist denn schlimm richtig die spüren das grundsätzlich ja ja naja muss er halt ein paar mal rennen jo helder fit er hat ja glaub ich seine 10.000 schritte heute noch nicht zusammen und ich ahne ich hab erst 8000 heute oh ich bin noch weniger ich hab heute erst 6000 oh ich 100 ich glaub ich 3 oder so einfach nur pinkele kausch ne quatsch ne naja ich war schon ein bisschen draus aber ne samstag hatte ich den rekord mit 8 8 schritte oder? das ist geil 8 schritte da hatte der wildkisch rum bist du im kölschrank und zurück wieder naja und dann pinkele als wir noch das ist gut mach auch noch ja aber moi hab ich auch noch mal 10.000 klinik moi sagen wir glaube ich oh sooo da hat jemand gedrückt ne da hat jemand gedrückt auf und haben oh da hat jemand gedrückt ja ich hab gedrückt ja achso achso mach das halt mit an für die runde oder? ja ne ja ich hoffe es ja ich vergesst jetzt vergesst jetzt direkt los das ist unfall und alles na ich denke schon so und mein bh noch richtig mache das berutscht oh wie ey die bilder im kopf ja? kannst du nicht machen vor rennstart ich muss kurz raus trinken und mein sitz hat schon auf jeden moment wo ok wie war das losfahren du wirst beim start etwas mehr grip haben jetzt müssen wir die reifen ordentlich aufwärmen vergiss nicht auch die bremsen auf temperatur zu bringen was für ein zelt hat man vorne ok wahrscheinlich schaut sie mit den reifen aus andi ist auf dem soften der türk und heiko sind auf video gestartet ja von asterix dirk medium schalke wie wieso ist das schalke drin boah ey was hat denn der tapp ich hab jetzt tablet sie schon wieder gemacht die bedingungen sehen die vom menschland nicht aus ich erwarte momentan ich kann eigentlich hin hauen na ja und ne frau sie bitte ja ja hallo hallo aber nur zuschauer ach so ach so ach so jetzt schade jetzt hab ich gedacht ja 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 Petra ist Lucky Luke eigentlich normalerweise jetzt geh ich jetzt geh ich jetzt geh ich drauf weil ich kurz braust trinkt bei Marcel du ich hab ich hab nichts äh mit dir gekriegt gott also ich bin ich kann sich nicht ändern leider hoffentlich hält der jetzt die scheiße ich muss ja immer das entfallen das gibt sogar ja und die und die und die sitzkafe naja will ich ja ja ne 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 ravino johli ne noch telle ne 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 ja für dich als schreiner kein thema an sie so viel glück für glück ja sehr glück gut spaß seid lieb ne ja immer klar na sorry ich muss zwar der lucky look dort weg um ist heiko was machst du der katz hat sich aber so reinziehen ganz ehrlich wenn ich da durchziehe sind wir beide dnf was macht der lucky look da fahr ich mir was der rechte gott ja frage ich mich auch her ja aber irgendwie fahr ich mir von dort recht grad ja ist sie halt ja ich sie ist ein bord wir sind nach unter 1 noch auf derselben position nicht großartig aber auch nicht schlimm auch konzentriert So! So! Wir haben die Jungs dazwischen auch ein bisschen. Also ich seh zwar noch welche, aber ich bin anscheinend trotzdem ziemlich weit allein. Okay, fahr, 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 ich fahr und lass dich durch. Gummimmi. Okay, alles klar. Jo, mach nur. Das brauch ich nicht, Nasi. Das brauch ich nicht. Das brauch ich nicht. Ich bin da so kurz fahr, dass ich drauf geh will. Das war kein, kein. Ey, die Weißen brauchen aber wirklich, bis die auf Temperatur sind, wa? Geh mir mir an, oder? Nicht so wirklich. Okay, DAS ist jetzt verfügbar. Ich war noch bei der Clive. Und Noko hat mir die Neife eingestellt. Ja, fahr, Lacky, du. Ich zieh mich von dir. Ja, das reicht noch nicht an sie, ne? Ja, der ist jetzt hinter mir. Der Andi. Der Andi. Der Andi. Okay. Der ist nicht mit drin, oder? Nee. Mach nur. Ja. Oh meinst du dir. Das ist hier. Die Dich. Ja. Der Eich. Der Eich. Das ist hier, was ich denke. Er wird da. Der Eich. Er wird da, wo ich nicht. Ja. Ja. Ich bin. Oh, Schalke hat sich gedreht. So, der Abstand zum Teamkollegen liegt bei 3,0 Sekunden. Hm, Tuti hat schon ne Zeitstrafe. Ich will Karpfer. Ja. Das ist in Frankreich noch mal so. Wenn du das Gelbe nicht erwischst, steht... Ja, guck, ich bin dabei, ich weiß nicht wo. Das heißt, früh vom Gas gehen und das Auto bis zum Bremspunkt rollen lassen. Oh, Hevea hat Flügeschaden gegen Dynamite bekommen. Oh, Hevea hat Flügeschaden gegen Dynamite bekommen. Das zieht vorne ganz schön weg, mein lieber Mann. Ja, klar. Beim DRS-Punkt war ich natürlich ein Kick nicht zu weit weg. Fickt euch. Okay, du bist in den Top 10. Hör mal, lass aus, Beute. Ich bin in den Mechaniker, da ist das die Tagesordnung. Also die letzte Kurve ist immer so ein bisschen... Na schön. Ciao. Na schön. Ich bin nicht dauernd, dass ich so kreier. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Aber es macht mehr Spaß als die Taille, denke ich, bis jetzt. Musik Eine harte Nuss Der Abstand zum Auto vor dir beträgt 3,1 Sekunden Ja, ich versuche den krampfhaft hinter mir zu halten. Musik 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 Firefighter Da ist aber das Bett ab hier Was? Ich werde das wieder wissen Alle wohl Oh, warum? Warum? Was? Seid vorsichtig Wir rechnen damit, dass dein Grip bald nachlassen wird Grüne Flagge Wer Abstand zum Teamkollegen beträgt 7,3 Sekunden Scheiße, kommt da alles her Haut doch mal ab Halt 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 Großartiger Boxenstopp. Die Zeit war besser als wir dachten. Okay, bleib hinter der weißen Linie an der Ausfahrt. Wir kriegen eine Strafe für gefährliches Fahren, falls du auf die Strecke. Das hat auch wirklich ein paar Werke. Keine Chance, da jetzt zu kommen. Oh, Leute, ich kippe die Box. Das wäre jetzt erste. Miland. … ... ... Wir gucken, wie es dort libro geht. Wir gucken, wie wir gucken, wie wir gucken. Wir gucken, wie wir gucken. Lass uns die Überholtrakte benutzen und etwas Energie aufbrauchen. Ich bin das. Chris, Fahrrad. Alles klar, danke. Danke. Ich bin nur über die Zehnlinie gekommen. Wer möchte ich heute nicht? Ja, ist klar. Ich bin nur über die Zehnlinie gekommen. Ja, ist klar. Feuchtig. Abstand zum Auto vor dir beträgt 4,3 Sekunden. Unser Abstand zum Hintermann beträgt 3,2 Sekunden. Pw in der Box. Pw hat sich weggedreht. Pw hat sich weggedreht. Schalt mal ran, aber ich komme nicht da vorbei. Irre. Ja, ich mache aber Rotruf. Wann ist das? Kannst du schon hinbekommen? Ruf, gut. Ich bin ja geschehen. Ich bin ja auch zuvor. Ich bin ja auch zuvor, ich glaube nicht. Untertitelung. BR 2018 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 Ich lach in der dritten Ehe, will ich mal sehen. Ja, ja, ich hab keine Zeit, ich hoffe bis jetzt. Ja. Hm-mm. Jannex. Ich hab auch. Hey, schießt ihr euch nicht ab davor, oder? Also, ich bin so weit gegangen. Chris, kannst du ein bisschen auf die Bremse treten? Ich will meinen P7 haben. Achso, okay, nee. Unser Abstand zum Teamkollegen beträgt 4,8 Sekunden. Oh, ich weiß nicht, was ist die Zeit drauf? Ich muss eh in die Box jetzt. HZ, was los? Geschwindigkeitsverlust, oder was? Du musst dich ja fast anschieben hier an der Kurve. Ich war schön, der er ist. So, du musst dich vertreten. Ich bringe dichamente an der Kurve. Und ich kann mich jetzt unteraurauchen. Ich brauche jetzt, wie hier ne? Ich brauche sie. Nee. Okay. Ja. 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 Die an der Schöne, die zählte Schöne. die fahr vorbei ja ich kann es schon in der entfernung sehen ich bin geraden das ist gut das war nicht gut da habe ich die kurve vergeht hat Dirk auch eine Zeitschraube? Neeeeeeeeeee nee Ich hab was über die Strategie verraut, Idiot. Ihr wollt das nicht auf uns hören. Aber ich komm mit der weiße, klar, das ist noch mehr ein Problem. Die weißen waren hier perfekt. Ja, klar, aber ich komm mit der Fahrt überhaupt nicht. Ja, alles gut. Ich kreibe mal gleich noch den Christian nach vorne und dann fach das. Nein! Shit, Alter, da hab ich die Kurve einen Ticken zu schnell genommen. Zwei Plätze verloren. Scheiße! Oh, Mann! Oh, Mann! Oh, Mann! Ich weiß ja, wenn du so mit ran fahren kannst, ist gut. Dann mach ich den Gesetz gewinnen, weil die Fahrt eine Zeitstraf haben. Naja, 20 Sekunden. Komm ich nicht dran. Und so schnell fahren. Das macht aber erstmal nichts. Okay, du holst den Wagen vor dir ein, aber denk dran, dass wir das Rennen mit diesen Reifen zu Ende fahren müssen. Das ist toll, Alter. Oh, das ist schade. Ich hab keine Ahnung. Wie soll jetzt keine Ahnung? In einer Kurve ist die Kunde aufgehauen oder was? Wie heißt das? Wie soll jetzt gehen? Da muss ich mal erklären, aber ey. Ne, du nur, oder? Ich hab ein guter mehr. Ja, auf den roten. Aber die sind gleich Müll, wo wir uns keine Angst haben. Ja, sagen wir ja. Ich bin aber wirklich hier generell sausnel. Etwa drei Minuten kommen wir mit dem Benzin noch aus. Doch keine Vollgas, Tugan bis hin hin. Och ne, willst du mich verarschen? Wenn die gesamte Drennzeit am Ende verrechnet wird. Wenn die gesamte Drennzeit am Ende verrechnet wird. Oh, das Irgendwo konnte ich ja nichts dafür. Ich hab die Kacke rausgekommen. Ich wärs noch vorbei gehen. Ich hab die Kacke rausgekommen. jetzt muss ich leider nicht doch abgaben dass ich ihn abgedrückt also ich habe mein sprit drin ja super und sie durfte sich alle einfach nur so über abstand zum auto vor dir beträgt 4,0 sekunden ich habe vorbei noch der christian warum immer so ja als geduddelt müssen wir bis hin nach vorne schieben genau die gasgän christian weil ich in der pw da kommt ja ja 15 leute auf mich immer aufrunde spuk unterm riesenrad aber gerade wobei gemogelt wenn die streitkunden stoff wo geht es wieder vorbei doch mal rausgefahren idiot Wer ist hinter mir? Doch! Ach nein! So, jetzt sind wir noch hinten dran, Alter, ich auch noch. Ich fahr rechts, ok? Ah, Türke, krieg dich auch! Wer ist hinter mir? Oh, geht doch! Ich fahr dir denn, ich hinde dir eher! Sehr gut, Aiko! Das ist deine letzte Runde! Ich bin nicht gewechselt, ne, von nicht auf gelb, sondern direkt auf die weiße, nachher noch zu verlieben, was vor war, wäre es gut gewesen! Ah, geil gefahren, Dirk! Macht Spaß! Schade! Ich hab's geschafft! Es gab einen Zwischenfall mit Trimmerteilen auf der Strecke! Danke schön! Ich hab's rechtzeitig wegräumen können! Und es gibt keine Pläne für ein Safety Car! Ah, fuck! Ah, jetzt hab ich schon noch Besitzer zum Schluss! Na ja! Ja, siebter, ich bin Apo! Ist egal, ich bin über die Linie! Gratulation an die Gewinner! Ja! Das war ein sehr schönes Rennen! Und auch das nächste Frankreich, ne? Cool, ja! Immer, Hansi! Nicht nur, Oleg! Ne, das war ich schon nicht, bin ja durch, war ja durch! Die KI ist ja voll regeballert, hast du das sehen, Aiko? Ich werde beim Arbeiter drauf! Wer ist denn, wer war das? Ah, ja, ich hab's schon! Wann, alter! Volle Summe drauf, wo wir auch da sind! Ja! Weil ich mich nicht mal holen, als erster Mal, Heiko, oder du mich! Da bin ich bei den EVs drin, mal bis hier! Da war ich schon raus, mal Zeitstoffgott! So ein schweres Loch! Ist Andi jetzt zum Schluss noch ausgeschienen? Mhm! Boah, ist der bitter! Ey, da würde ich richtig kotzen, im Strahl! Was? Echt? Ja! An die Kasse ist es ausgeschienen am Schluss, ja! Das ist bitter! Doppel Polen, mein Stoffel Podium! Ne, Polen ist ein Polen position! Aber soll ich das sagen? Ich bin nassgeschwitzt! Ich auch, Hansi! mann eh ohne die zeitstrafe beziehungsweise ohne den scheiß dreher die teiltrafe wird ohne dich war so geiler fight mit 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 dir und mit dir hansi hat spaß gemacht ja und er freut man nimmt eine kurve 20 mal bei 21 mal dreht sich ja ist mir ausgegangen möglich jetzt mann eh dadurch habe ich zwei plätze verloren ansonsten welchen da hat er einfach vorbei wir haben eigentlich ziemlich langsam nicht langsam ich bin gerade hinter ihm wir fahren zwei runden und ich hätte ja genau ja 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 ja